Was war Hit The Beat, bevor es zu diesem Workout-Konzept, zu diesem Lifestyle geworden ist, was du jetzt kennst? Zu diesem Konzept für jedermann mit dem Ziel, dass wirklich jeder auf der Welt sein Körperbewusstsein aufs nächste Level bringt und lernt, wozu sein Körper alles in der Lage ist. Und wie viel von damals ist heute noch bei Hit The Beat vom Spirit geblieben? Und dann werde ich dir noch erzählen, wieso ich behaupten kann, warum Hit The Beat das beste Workout-Konzept der Welt ist. Mein Name ist Peter Zawinski, aka Peter. Ich bin der Gründer von Hit The Beat. Damals hieß das Ganze Breakletics und ich, wir als Team, haben mittlerweile 3000 Menschen ausgebildet, angehende Fitnesstrainer, die mit diesem Konzept anderen Menschen helfen, ihre Fitnessziele zu erreichen und sie für Gesundheit zu begeistern. So, jetzt erkläre ich dir ganz, ganz kurz den Anfang von Breakletics. Dazu musst du dir ein bisschen was über mich erzählen. Und zwar, wie schon gesagt, bin ich dreifacher deutscher Meister. Und als ich das erste Mal Breakdance gesehen habe, war ich fasziniert von den Bewegungen. Ich habe sie gesehen bei Viva damals, kann mich noch sehr gut erinnern, da war ich knapp 12, 13 Jahre alt, habe das Ganze im Fernsehen gesehen und als ich dann diese Bewegung gesehen habe, dachte ich, puh, das will ich lernen. Bin zurück nach Deutschland, habe dann gefragt, wo kann man das machen? Und dann war ich im Haus der Jugend gelandet, in Wanne-Eickel. So, da versuche ich mich jetzt kurz zu halten. Ich habe die Bewegung gesehen, die Menschen, die das gemacht haben und wollte die Bewegung lernen. Habe dann drei, vier Jahre dafür gebraucht, bis ich Flair, Headspin, Turtle, Swipes, also die grundlegenden Elemente dieser Übung erlernt habe. So, wenn man dann dieses Level erreicht und diese Grundelemente alle lernt, dann war meine nächste Aufgabe, Motivation, sage ich mal, diese Übung zu perfektionieren. Also ging es darum, sie höher zu machen, sauberer zu machen, die Beine müssen richtig gerade sein, kein Knick, höher, weiter, schneller, einfach Perfektionismus. Dafür habe ich dann nochmal zwei, drei Jahre gebraucht, aber irgendwann kam dann der Moment, wo ich gemerkt habe, hey, das reicht nicht. Also einfach nur zehn Runden von etwas zu können, dann 20, dann 30, dem Auge wird so schnell langweilig. Und es gibt so viele andere Tänzer, B-Boys, die genau dasselbe machen. Vielleicht haben sie ein bisschen einen anderen Stil, eine andere Körpergröße, aber es ist alles dasselbe. Und ich wollte ein Standing, ich wollte etwas dalassen in der Breakdown-Szene, in der B-Boy-Szene. Ich wollte, dass man von mir spricht, dass ich Einfluss auf diese Szene habe und sie revolutioniere, sie verändere. Und ich wollte Ihnen zeigen, dass Power-Moves, also die akrobatischen Elemente, auch Style haben und aussagekräftig sind und auch man damit seine eigene Identität und kreativ sein kann. Und das habe ich unter Beweis gestellt, das seht ihr jetzt auch in den ganzen Videos, damit wurde ich bekannt. Ich habe also gemerkt, ich wollte damals einer der Besten werden und konnte nur, wirklich nur der Beste sein, weil ich anders geworden bin. Also nur, weil ich anders war, habe ich es geschafft, mir einen Namen in der Breakdown-Szene zu schaffen und deswegen kann ich auch behaupten, weil genau diese Intention, diese Motivation, dieses Ziel hatte ich auch mit Breakletics. Denn dann, als ich zum Ende hin nicht mehr tanzen konnte, weil ich mich öfters verletzt habe und auch älter wurde, dann habe ich Sport studiert und als ich dann im Sportstudium fertig war, beziehungsweise während des Sportstudiums habe ich gemerkt, wie langweilig Fitness eigentlich ist. Ja, es ist monoton, es ist immer dasselbe, hoch, runter, rechts, links, keine Abwechslung, keine Vielfalt, meistens auch ohne Musik, da läuft die Musik nur im Hintergrund, aber keiner bewegt sich zur Musik. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme meine Erfahrung, meine Leidenschaft aus dem Breakdance, das Bewegen zur Musik, die Kreativität, die Vielfalt, die Power, der Lebensstil, der Lifestyle, dieser Zusammenhalt aus der Szene nehme ich das, nehme dann diese Benefits von Fitness. Was gibt es da? Eben diese Ausdauer, auch dieses Wissenschaftliche mit reinzunehmen, weil bei Breakdance, sage ich mal, da arbeitet man nur aus dem Gefühl. Ja, Fitness ist sehr wissenschaftlich behaftet und habe dann quasi das miteinander kombiniert, damit ich ein Workout kreiere, ein Konzept in die Welt setze, wo eben diese beiden Welten zusammentreffen. Und damals ist Breakletics entstanden. Und ganz zu Beginn war es eher einfach eine Schnapsidee, wo ich, wie beim Breakdance, auch der Beste sein wollte, aber nicht in der Breakdance-Szene, sondern in der Fitness-Szene. Und dann habe ich eben diese Sachen miteinander kombiniert und es sind ganz verrückte Sachen entstanden. Also wirklich spektakuläre Sachen, Sachen, die noch nie jemand auf dieser Welt je gesehen hat, weil diese Kreativität aus dem Breakdance ist einfach Stand heute mit anderen Sporten nie erreicht worden. Also diese Grenzen des Körpers erfährst du im Breakdance am allermeisten, 100%. Und hier seht ihr auch die ganzen Videos, die da aus entstanden wurden. Und dann aber, als ich gemerkt habe auch, hey, das kann ja wirklich keiner. Also nicht mal ein Fitnessfreak schafft das, was ihr hier seht. Und viele bezeichnen sich als Fitnessfreak, aber kriegen nicht mal das auf der Reihe. Und ich kann von mir sagen, das kriege ich auf der Reihe und ich bin ein Fitnessfreak. Die anderen vielleicht auch nicht so im hohen Niveau. Und das hat mich aber dann wieder dazu geführt, ich muss was verändern. Weil ich wollte, das war mein Ziel, ich wollte diese Kreativität, die Vielfalt, den Spaß, die Leidenschaft möglichst allen zur Verfügung stellen. Und deswegen musste ich das runterbrechen. Also das, was du gerade gesehen hast, musste ich so runterbrechen, dass, und das war echt eine Herausforderung, dass es am Ende immer noch anders ist und sich von anderen Konzepten unterscheidet und für jeden zugänglich ist. Ich wollte nicht diese Nummer schieben, wie es die anderen machen oder fast alle, die einfach nur einen neuen Namen auf den Markt bringen im Fitnessbereich als Fitnesskonzept, aber im Endeffekt all das schon kopieren, was es vorher gab und wie gesagt, den neuen Namen geben, richtig schwach. Darauf hatte ich gar keinen Bock, ich wollte wirklich anders sein. Und habe dann zwei Jahre lang dieses Konzept so aufgebaut, dass es sich immer noch von anderen unterscheidet, vielfältig ist und, und jetzt kommt auch das Besondere, so aufgebaut ist, dass es eben für fast jedermann umsetzbar ist. Es hat verschiedene Fitnesslevels, es kann dich, egal ob du Anfänger bist, Fortgeschrittene oder Profi, ob du Profi bist, wirklich auf deinem Fitnesslevel abholen. Das Kurskonzept ist so aufgebaut, dass es einfach für den Teilnehmer und für den Trainer umsetzbar ist und die Musik nimmt dir als Trainer die Arbeit ab. Und am Ende entsteht ein vielfältiges, innovatives, das war mir sehr wichtig, ein innovatives Workoutkonzept, das wirklich die Menschen abholt und begeistert und ihn endlich aufzeigt, weil das schaffen die anderen Konzepte nicht, wo es nur hoch, runter, rechts, links geht, den Menschen aufzuzeigen, zu was ihr Körper überhaupt in der Lage ist. Diese Bewegungsvielfalt, Bewegungskreativität, Bewegungsbewusstsein, Bewusstsein für den eigenen Körper zu erarbeiten, damit er wächst, damit er durch einen starken, beweglichen, athletischen Körper auch ein leichtes, beziehungsweise das Gefühl von Leichtigkeit in seinem Alltag spürt und erlebt. Und das habe ich geschafft. Das seht ihr hier auch in den Videos. Und zu der Frage, wie viel von dem ersten Breakletics steckt noch jetzt in Hit The Beat? Und ich muss sagen, fast alles. Die Liebe, die Leidenschaft, die Kreativität, die Vielfalt, die Power, die Musik. So, so viel steckt da drin, nur eben mit dem Ansatz, möglichst viele Menschen zu erreichen, weil ich möchte, dass die ganze Welt bewusster wird, gesünder lebt, stärker wird. Der einzige Unterschied ist, dass diese extreme Art und Weise, Breakletics zu machen, diese gibt es noch für eine ganz, ganz kleine Gruppe von Menschen, die sich übertriebenes challengen wollen. Das gibt es aber nicht als Ausbildungskonzept, sondern das ist aktuell. Wer weiß noch, was in der Zukunft passiert. Jetzt haben wir 2, 23. Es ist wirklich nur eine Extremsportart. Und fokussierend tue ich mich auf Hit The Beat, dem Konzept, wo ich möglichst viele Menschen erreichen kann. Und wenn du Bock hast, auch Teil von dieser Bewegung zu werden, dann hast du jetzt die Möglichkeit, hier in der Beschreibung findest du einen Link, da kannst du dich bewerben als Hit The Beat Trainer oder Hit The Beat Trainerin. Dann sprichst du mit mir oder mit anderen Trainern, die bei mir im Team sind und die sprechen das Ganze mit dir und schauen, ob die Hit The Beat Ausbildung das ist, was du gerade brauchst, was du auch erwartest von deiner Ausbildung und ob diese dich wirklich an deine Ziele führt, Menschen zu begeistern, Teilnehmer zu begeistern, damit du mit dieser Leidenschaft, die du vielleicht schon hast oder erlangen möchtest, andere Menschen zu einem gesünderen Leben inspirieren kannst. Das war es von meiner Seite, hier unter dem Video gerne Kommentare da lassen. Wie siehst du das Ganze? Wie fandest du es vorher? Was findest du noch in dieser als Trainer vor allem, wenn du schon ausgebildeter Trainer bist, in dem neuen Konzept wieder kannst du den Unterschieden folgen und was auch deine Leidenschaft ist, das würde mich auch gerne interessieren. Abo da lassen und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace, Peter. 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 9, 10 5, 7, 10 5, 6, 7, 8 3, 10 7, 11 7, 11 9 9 10 11 Vielen Dank.